Oh, Zombie mit einer Spitzhacke, bist du das? Ach ja, achso, du bist ja wirklich. Warte. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Modpack Feed the Beast. Wie heißt das Projekt nochmal, ich kann es nicht merken. Äh, Autumn Time, bin zu doof, achja, Herbstzeit, ja, hier ist Salz, ne Salpeter, ja das ist das glaube ich, Salpeter ist nicht Salz, ja aber das kann man glaubend machen, also Silber, Redstone ist auch wichtig, so, kurz gemutet, ja, bin wieder da, hat wahrscheinlich niemand gemerkt. Wo bist du überhaupt? Unten. Kommst du auch nach unten? Toa, fast eine Lave gesprungen. Bin schon fast unten. Ich weiß noch mal wieder dieses Spitz, ne? Oh, ganz viel Cola, was, was sollten wir denn am ersten fokussieren, Kupfer, Tin und Eisen, oder? Ja, eigentlich alles. Ja, aber wir brauchen sowas wie Yellow Ride wahrscheinlich. Oh, Redstone. Ähm. Okay, ich hab noch reichlich Platz. Oh Gold, cool. Dann bauen wir uns Goldschuhe. Die braucht man doch. Oh, nice ein Creeper. Oh, hier, lol, hier geht sie wohl noch weiter. Oh, lol, ach so, Salpeter, Salpeter hat ein Lichtback. Der Salpeter, kennst du Salpeter? Ja. Ist mein Freund. Oh, wie ist das Eisen? Nein, nein. Alter, ist das bei dir? Was? Das ist gescheit? Ja, na. Nimm keine Rücksicht drauf, wenn man aufnehmen will. Ist echt mein, ey. Für die Asozialen. So, bin ich hier überhaupt? Egal. Zack. Alter, wie riesig die Hörluste werden soll, wir können hier drauf leben, aber dann würden wir uns trotzdem vor den ganzen Feuern verlaufen. Wir packen später eine Quarry drüber, die einfach alles hat beholt. Ja, die Quarry macht er nicht. Ja. So, auf jeden Fall hab ich auf jeden Fall, auf jeden Fall hab ich auf jeden Fall sehr viel, auf jeden Fall sehr viel Kohle. Ja, Cola. Und das auf jeden Fall. So, jetzt such ich dich noch mal. Wir müssen enger durch dieses Minensystem durchgehen. Ich war da schon, das ist nicht wirklich groß. Ja. So. Tin hab ich 16. Kohle, äh, Lager. Okay, so viel Kohle, da kann ich nicht mit voll scheißen, dann stirbst du. So viel Kohle finde ich hier. Ich will diese Mobs ausschalten, die regen mich so auf, beim Radar. Alter, wie viel Scheiße hier ist, du kannst dann nicht mal alles mitnehmen. Wow, hahaha. Alles knapp. Ich bin immer, ich leb gefährlich. Du lebst im Risiko. Creeper. Nice. Wie man immer hört. Kannst du dich mal Creeper und jetzt machen? Anstatt Creeper? Pfff. Ja, die explodieren immer schon, bevor ich sie sehe. Okay. Das Beste wird dir, wenn du Creeper sagst, dann schießt er dich in die Lava. Ja. Das wird cool. Ne, ich lass sie mal einfach explodieren, statt sie zu bekämpfen. Warum? Ich würde, wir können das auch benutzen. Ach, Lead, beziehungsweise Lead ist auch Bly. Also Lead, Lead ist Bly. Lead, Lead. Oh, nice, was ist das jetzt? Silber, aber nice. Oh, nö, manche sagen so ausgesprochen, manche so. Wo bist du? Hier drüben. Ja, ich sehe dich nicht. Hm, da oben. Mal gucken. Bist du unten oder da oben? Oh, Zombie mit einer Spitzhacke, bist du das? Ach ja. Ach so, du bist ja wirklich. Warte. Tada. Ich bin auch ein Lightcrawler. Ach so, du bist ein Ficken. Ah ja, gar nicht. Ich bin klein. Ich sehe aber nichts. Kannst du mir irgendwie Eisen geben oder so? Hallo. Ja, kann ich gleich. So, ich wollte noch ausleuchten. Hier bitte. Ja, super. Ach so, okay. So, oh nice. Ganz wenig Kohle. Wasser aus. Schon zwei Stacks. Oh nein, wir gehen jetzt aber langsam zurück. Ich habe eigentlich keinen Platz mehr. Ich habe sehr viel Platz noch. Kannst du mir was geben? Hast du noch ein Crafting Table? Geh mal da runter. Diamanten! Oh mein Gott. Wir sind die luckysten, geilsten Fixer, die es gibt auf dem Planeten. Oh fuck. Das ist voll irritierend, wenn man hier zu klein ist. Ja. Alles geil. Du bist nur einen halben Block Tief, oder? Ja. Oh, Diamanten, ich sehe sie auch. Ich bin über den. Ja. Wann mal, ist da was drunter? Ne. Oder was denn? Äh. Ach, kann man hier fliegen, wenn man eine Bad zum Beispiel hat? Nein, das ist extra ausgeschaltet, damit das mit dem Setpack, äh, damit das noch einen Sinn hat. Nein, ich bin nur ein Block Kurs. Guck mal, voll geil. Man kann da reingehen. Ich sehe das. Hä? Siehst du denn so groß, als ob du so groß wärst? Ja. Aber ich bin trotzdem... Hä? Ich sehe mich zwar so, aber wenn man von außen guckt, sieht das voll komisch aus. Ist ja komisch. Okay, ich gucke nochmal spezifisch nach, äh, hier, Kupfer und dann, lol, nein, wo bin ich hier? Toll. Ich falle in jedes Loch rein. Okay, das ist irritierend, wenn man so klein ist. Ich nehme mich wieder auf. Ja, ich habe eine Kackel abprobiert. Du wirst sagen, aber die gehen gleich wieder so hoch. Ja. Ah, das ist so komisch. Nein, der Creeper stirbt. Okay, wollen wir dann wieder hochgehen? Ey, lass Diamantenpflanzen machen. Was brauchen wir denn dafür? Ja, Diamanten und Diamanten. Also Diamanten, um die Pflanzen zu machen und Diamanten, um die Sachen. Die Diamanten brauchen wir denn, um die Diamanten zu machen. Das kann auch gleich mal durchgehen, aber fünf dürften reichen. Hm. Aber man soll sagen, wir machen aber eine Turtle. Ja, man braucht aber beste Diamanten, dann manchmal die Turtle und dann suchen wir schon. Nee, nee, die bringt irgendwie gar nicht so viel, finde ich. Na klar. Okay, dann lass mal hochgehen. So. Okay, ich hab erstmal hier, lol, zwei Dinger. Nee, du nicht. Okay, warte. Kommst du? Na, ich vermoach mich wieder. Das ist voll irritierend, wenn man so klein ist. Komm. Aber wenn man irgendwo durch will, ist das praktisch. Ja. So, wir hätten uns mal einen Home-Punkt setzen sollen. Egal. Ich find hier raus. Ich bin der Pro. Nee, Turaneum. Das geht doch darum, brauchen wir noch nicht. Wir wollen ja noch keine Atombombe bauen. Nee, hier nicht. Noch nicht. Wir können auch hier rumgehen. Ach, hier ist dieser... Andersen. Hier. Wir sind draußen. Wir sind draußen bestimmt. Ja. Ich bin gleich draußen. Wenn du mir nachkommst. Bis nächstes wieder. Ja, du bist da unten. Wir sind noch lange nicht draußen. Nee. Ach so, ja, ich geh aber grad den Weg, den wir ausgeleuchtet haben. Ach so, wo bist du denn gleich gelatscht? Äh, wir haben viel ausgeleuchtet, ne? Ich bin manchmal sogar im Kreis gelaufen. Ja und? Ich geh hier lang. Ich geh einfach nur in die Oberfläche. Ich auch. Das ist immer meine Taktik. Ich geh immer lang. Hier ist ausgeleuchtet. Ich weiß. Hier sind wir auch runter gegangen. Oh, egal. Dann bauen wir uns durch. Hey, ich weiß sogar wo wir sind, du Heini. Brauchst du nicht rausbuddeln. Hier war der erste Stopp. Hä, wo? Ja, hier war der erste Stopp, den wir gemacht haben mit dem Ofen. Hier einen Gang weiter. So. Ich geh dann mal den normalen Weg. Sein muss. So. Tada. Wir sind draußen. Noch nicht. Wo ist das Loch? Da. So. Wir sind draußen. Wuuu. Okay, dann würden wir erstmal, würde ich erstmal sagen, dass wir uns erstmal unsere Bude bauen. Guck mal, jetzt sieht man unsere Luke überhaupt nicht mehr. Ne. Doch, sieht man noch. Aber naja. Hey, komm auf. Wird keiner sehen. Gut. So, ich kümmere mich gleich mal um das Anpflanzen. Ich mach mal ein paar Kisten. Wir brauchen mehr Kisten. Mach ich. So, wie macht man das? Loll. Aha. Guck mal geil. Eine Kiste. Aber wir haben noch Holz. Aha. Ja. So, was ist unser erstes Ziel? Mace Raider oder so ein Schatz? Diamond Seeds. Dafür brauchen wir vier Diamanten. Ne. Wir brauchen richtig viel. Ja, dann machen wir erstmal hier Mace Raider und so ein Kramant. So. Warte, wie macht man Eisen? Iron Seeds. Ja, das ist schon einfacher. Ja. Naja, brauchen wir auch hier. Ach egal. So. Erstmal die ganzen Scheiße reingepackt. Ich würde sagen, wir machen erstmal so was. Erstmal einen Generator oder sowas. Ja. Ne, das ist erstmal ein Iron Fern. Der ist auf jeden Fall schneller auf jeden Fall. Ja, dann mach das mal. Wie oft ich jetzt auf jeden Fall schon gesagt habe. Ist doch verzehnt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Jo. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe auf jeden Fall sehr oft auf jeden Fall gesagt. Augeil. Ne Schlucht. Ne Schlucht neben unserem Haus. Oh mein Gott, wir sind so cool. Wie acht. Wie viel Koffer. Wie viel Koffer. Da einfallen lassen. Loll. Und wir bauen. Loll. Achso, Platten bauen. Oh ne, ich will keinen Hammer machen. Hammer sind doof. Ach, das sind die Rezepte mit dem Hammer, ne? Ja. Ein Hühnchen. Die haben das halt gesucht. Ja. Weil Hühnchen keinen Fall Damage kriegen. Können keinen, meinst du? Ja. Die fliegen nämlich runter. So. Hab jetzt gleich den Iron Dinger. Zack. So. Okay. Tada. Bye. Sieht voll mit Scheuheit aus. Kommt einfach mal so ne Hude runter. Okay. Ähm. Ich hab jetzt den Iron Furnus gemacht. Das hier ist wie praktischer. Ihhh. Lol. Lol. Nice. Du bist in der Wand. Und. Lol. So. Das man da reinpasst. Als kleine Spinne passt man auch da rein und kann gleichzeitig klettern? Wie geil. Oh scheiße. Ich hab... Ich baue hier unten mein Haus. Man kann Kohle mit Kohle verbindenzen. Was kommt mit Kohle? Wenn man Kohle kohlt. Äh. Kohle verbrennt. Mal gucken. Wahrscheinlich Asche. Oder? Kohl. Weiß nicht. Guck mal hier unten geht. Ne. Grafit Bar. Was kann man denn da rein machen? Grafit. Ach. Big Reactor. Das ist dieser Reactor scheiß. Guck mal. Ich baue hier unten mein Haus. Hm? Wo? Ach da hoch. Ne. So. Tak. Bist du. Oh ja. Nice. Okay warte. Ähm. Ich würde sagen wir machen erstmal Generator. Warte. Wir teilen uns die Sachen auf. Generator. Warum sind da so viele? Ach. Das sind alle Sachen die man im Generator machen kann. Wie? Du musst R drücken. Hä? Äh. Re Batterie. Haben wir Tin? Ja. Nein. Es geht darum wenn du unten Generator eingibst. Ja was dann? Dann werden alle Sachen angezeigt die auch im Generator gemacht werden können. Nein. Da werden alle Sachen angezeigt die mit Generator heißen. Nein. Also bei mir schon. So ich mach die. Äh. Ne warte ich muss mal Rubber hier den ganzen. Wo ist der Shit? Rubber. Rubber. Da ist Rubber. Ja. So ich mach jetzt mal Rubber ne? Hm. Gut. Ich mach Rubber und äh. Bei mir wird der Generator eine Anzahl. Weil ich mach schon mal die. Ich pack schon mal die ganzen Sachen hier in die Kiste. Das ist die Crafting Kiste. Da ist der Generator. Packen wir den ganzen Shit rein die wir brauchen. Wo ist die. Wo ist die. Wo ist der Hammer hin? Da ist der Hammer. Tin müssen wir noch trennen. Wo ist Tin? Tinni Mini. Da ist Tinni Mini. So. Tin kommt da rein. Rubber brauchen wir jetzt mal ein bisschen nur. So. Tinni Mini. Komm inne. So. Tinni Mini. Wie viel kriegt man da raus? 2. Gut. Dann brauchen wir noch einen. War das das Richtige? So. Jetzt hab ich. Ich hab ihn gefunden. Den Generator. Aber ich muss noch mal schauen wie das. Ich hab jetzt schon mal die AI Batterie. Nächster Fortschritt. Ne. Doch nicht. Gleich. Gleich erst. So. Rubber. Ich muss noch Dinge ins Brennen. So. Wo es kommt. Kannst du mir mal sagen warum das so komisch ist? Lol. Du hast Bronze Ingrid gefunden. Ja. Wo und das? Äh. Im Haus. Übel. Okay. Übel. Warte. Mach mal kurz. Toll. Bei mir ist mein Rezept ein bisschen komisch. Also äh. Soll ich den Iron Furnace machen? Ich hab doch. Nein. So. Ja. Aber für mich dann noch Generator. Ja. Mach den. Äh. Ich muss noch den Hammer meinen. Bei mir wird angezeigt mit einer AI Batterie könnte ich einen Generator machen. Oh nice. Also. Hast du schon die AI Batterie? Ja. Hast du schon die AI? Gleich erst. Nee. Wie macht man die? Die hab ich. Nee. Die hab ich noch nicht. Ich mach grad. Ich hab den Hammer schon gemacht. Aber ich muss kurz noch die Kabel haben. So. Plastic Sheets. Wie macht man denn den Hammer? Mit Raw Plastic? Nein. Was darfst du? Ich hab den Hammer doch schon. Ja. Aber warum mit Raw Plastic? Mach man doch nicht mit Raw Plastic. Klar. Plastic Sheets. Nein. Was laverst du? Äh. Du musst aber nur Eisen und Sticks nehmen. Nein. Was aber? Hä? Was laverst du? Ich hab irgendwie ganz andere Sachen. Ja. Du hast das nur reingestellt. Ultrakomplizierte Scheiße. Was wollte ich denn jetzt? Ähm. Ich hab mich aus dem Konzept gebracht. Du Arsch. Da hab ich Eisen. Wo ist das Eisen? Wir haben noch Stack Eisen. Da hab ich Eisen. Zack. Äh. Kannst du mir mal helfen oder was hier los ist? Ja. Weiß ich doch nicht. Du hast grad mit deinen Flügeln geflattert. Warum auch immer. Soll ich dir zeigen wie das geht im Dingens? Du kannst einfach Eisen nehmen und das... Ja, aber meine Rezepte sind völlig für den Arsch. Ist doch egal. Weiß ich nicht warum. Weiß ich nicht warum. Okay Leute. Dann hoffe ich es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Oh shit.